Die Mission ist noch nicht erledigt. Keine Überlebenden! Leichen überall. So viele Tote. Wir haben versucht, der Horde eine Falle zu stellen. Ohne Erfolg. Wir konnten sie nicht aufhalten. Unsere Außenposten wurden überrascht. Einer nach dem anderen fiel. Die Wachen wurden vergiftet. Und die Zivilisten. Nicht einmal sie wurden verschont. Ich hoffe nur, dass einige fliehen konnten, bevor... Vergebt mir. Wer sagtet ihr, seid ihr? Malfurion hat also von euch gesprochen. Das sind mehr Irrwische, als ich zählen kann. Die Verlorenen leben. Gnädige Elun, bitte segne die Gefallenen. Ja. Um, 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 um.